Herzlich Willkommen! Ich habe für euch eine wichtige Information. Ab sofort werde ich keine Tageshoroskopen mehr veröffentlichen. Der Grund ist, dass ich entdeckt habe, dass von Scheinastrologen und Kartenlegerinnen mein Wissen übernommen wird und so vermittelt, wenn es von USA käme. Ich bin nicht mehr bereit, das zu unterstützen. Weiterhin bin ich selbstverständlich gerne für euch da und ich biete Beratungen an. Und ich möchte mein neues Angebot euch verkünden. Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie beträgt mein Honorar jetzt nur 25 Euro. Und ein Jahreshoroskop für die kommenden zwölf Monaten ebenfalls nur 25 Euro. Bei Interesse und Rückfrage bin ich per E-Mail erreichbar. Mein E-Mail-Adresse ist dendera-medici-at-gmail.com Alles Liebe von Dendera